Und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Satisfactory. Oh yeah! Super Spaß! Ich würde sagen, der Anfang von deinem O hat sich fast nach Schmerzen angehört. Ja, das war ein Mix aus Schmerzen. Hast du die Gitarre und die Ukulele immer noch nicht geschnitten? Doch doch! Ah, ein kleiner bisschen schief noch. Das kann sein. Also eigentlich müsste es jeden Tag stimmen. Okay. Ich habe jetzt 100 Stahlträger. Mach doch mal die Forschung, ne? Für fünf weitere Plätze. Jop. Darauf noch mal fünf Minuten. Ne, drei Minuten. So, dann Hyper Tubes. Ja, geht auch schon voran. Wollen wir dann schon mal nach oben weiterbetonieren oder was wollen wir machen? Ja, ich hatte vorhin mal bei dem Beton gebrucht, da ist ordentlich was zugekommen. Ja. Eigentlich können wir weitermachen. Ach, stopp. Ich habe auch meine Items gerade hier reingemacht. Ich hate. Okay, wollen wir weiterbetonieren? Ja. Dann müssen wir kurz aufrühren und Schleiträger machen. Oder was anderes in Planung. Ich mache gerade Schrauben, dann mache ich ein paar Objektscanner. Achso, den sollst du auch noch machen, genau schon. Hm? Für die Forschung. Für die Forschung. Guck mal. Ja, okay, dann musst du oben laufen. Achso, für ein Objektscanner braucht es auch für die Forschung schon, das habe ich irgendwo auch gesehen. Also, Platte kann ich ruhig, denke ich, mal Breite auch schon mal größer machen, oder? Ja, klar. Ich glaube, ich habe irgendwie so 20, 6 Beton gerade von mir. Perfekt. Ah, der eine Container ist mir noch relativ hoch. Der eine ist zwar leer. Soll die Treppe, die hier in der Luft endet, so bleiben, Alex, oder? Nene, die kann ruhig wegkommen. Okay. Okay, ich bin noch eh gerade voll. Ich baue erstmal weiter. Ich habe jetzt nicht geschafft, ich würde die Treppe ja nehmen, um anzubauen, aber die konnten die irgendwie nicht an dem Gebäude festmachen, an der Platte festmachen. Mhm. Deswegen musste ich die andere treppenieren. Ah, scheiße. Auch kein Schaden gekriegt, huh. Weil ich gerade noch Schaden gekriegt habe, ich habe die Platten hingebaut, bin draufgegangen, ich dachte, die sind da, bin ich durchgefallen, dann habe ich unten kein Schaden gekriegt, dann war ich unten und dann haben sich die Platten über mir dann endlich aufgebaut und dann habe mich zusätzlich noch dann später einen Schaden auch nachträglich bekommen. Hat gerade so ein bisschen gehangen. Neues. Das war gerade ganz komisch. Ich weiß nicht, woran es heute liegt, also hat er jetzt irgendwie, entweder mein Internet, ich gammelt so ein bisschen rum. Aber, also ich bin ruhig gerade auch flüssig, also bei mir, du teleportierst es nicht so wie gestern. Aber gerade war so eine Spitze, dass irgendwie irgendwo kutscht hat. Oh, hier ist gerade der Schredder im Weg, deswegen kann ich hier die Platte nicht bauen. Willst du deinen Schredder noch behalten zahlen, oder? Ähm. Ja, müsste eigentlich leer sein, die Box davor. Genau. Magst du nur abbauen dann? Mach weg. Ne, ich war in Taschensitter voll. Meine auch. Da besteht ein Objektscanner dabei. Achso. Ja, dann brauchst du jetzt erstmal woanders weiter. Das sind gerade Kabel. Hier geht Kupfer jetzt durch. Ich weiß nicht, ob wir noch welche brauchen. Ich weiß nicht, ob wir noch welche brauchen. Ich brauche nicht. Was brauchen wir nicht? Speckpilze. Diese Pelobeeren. Die Beeren, die brauchen wir generell nicht mehr. Also nur für Heilung. Ja. Wieso? Das ist gefährlich. Oh, wir sind in den Inventarplätzen. Zack, zack, zack. Ja, das sieht doch langsam gut aus bei den Plätzen. Oh, ja. Jetzt kommen wir jetzt das nächste Straten. Und für 3 Minuten haben wir dann auch einen Zünder. Ein Zünder. Achso, für den Uwe. Dafür brauchst du ja noch Witz. Stimmt. Ja, ich weiß nicht. Alex, kennst du den Nobelist-Zünder? Nee. Okay. Kennst du die Nobelisken? Äh, von Jungen Jochen. Ja, ich weiß nicht. Nicht den Nobelisken, den Nobelisken mit N vorne. Ja. Ja, dann hatte er ja schon seine Erfahrungen, ne? Ja, die war echt bombastisch. Ich würde sagen, die beide sogar. Aufzusehen. Oh, 500 Beton habe ich schon noch verbaut. Und es geht weiter. So, liegt mit der ganzen Natur. Braucht auch keiner. Kann ich lesen, ne? Wieso? Ich habe jetzt 5 Objektscanner zu viel gebaut. Also, falls er braucht, sitzt es hier in der einen Kiste. Also, ich glaube, Alex hat noch keinen. Aber hätte nicht einer gereicht? Nee, man brauchte 5. Aber ich habe 10 hergestellt. Ach so. Ja, da kann Alex nicht mal noch einschnappen. Oh, jetzt kommt. Ja, sie. So. 1500 Beton hätte ich jetzt. Ich bin jetzt bei 1250 runter. Ich habe quasi ringsherum über mal 1,5 Platten weiter länger gemacht. Mhm. Jetzt bin ich bei 1100. Ja, perfekt. Ah, hier können wir nicht weiter, aber... Hast du einen Schredder weg gemacht? Also, wir können da schon weiter hier. Ach so, wegen den Minern, ne? Genau. Wir machen noch eine Etage. Das können wir auch machen. Hier können wir auch nicht weiter. Da war ja der Schredder. Aber ich kann ihn ja abbauen, wo du willst. Hast du schon selber gemacht? Das ist auf jeden Fall schon mal ne schöne Fläche. Mhm. Das ist auf jeden Fall schon mal ne schöne Fläche. Oh. Das ist ja von einem Rochen. Jetzt ist ja gar nicht zu weit entfernt. Von der Höhe her. Ja. Oh, ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen So hoch sieht er auch nicht mehr aus Ja, ist doch so Ach, ein bisschen noch Ach, Fundamente hoch Ah, nein, nein! Hast du ihn auch ausgerüstet? Also von hier runter? Achso, bist du da runtergefallen? So hoch war ich auch noch nicht Uh! Hast du das zu schnell gemacht, oder was? Ja Ich glaube, du musst das mit auf den Autoficker aufmachen Ach, dass wir ihn einrasten, ne? Hm, genau Ja, ich hab ihn gerade noch aus Ja, ich find's, ich muss sagen, dass Mit den Fundamenten bauen, das ist so ein bisschen Bisschen? Ah Spierig Zumindest wenn du das anhast Nee, generell Also ich halte ja nicht gedrückt, das drückt ja nicht Nicht der Kick Ja Ich glaub, das hat man eben schon in die Bäume, ne? Hm Das wird man besser lösen können Das geht doch eigentlich Das geht doch eigentlich Ich glaub, ich hab Uran gefunden gefunden Ja Kriegst du Strahlungsschaden, Lars? Ja Mhm Hm 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 Okay Also ein Vorkommen, oder nur ein Stein? Nee, ich weiß es nicht, ich gehe die ganze Zeit schaden, das ist jemand, das hat versucht gesagt, dann heranzukommen Wo bist du denn hingegangen? Hm Ach, hier ist es, da ist Ach, es ist, ah, ich glaub, es ist nur so ein Stein, glaub ich Ja Ich hätte mich jetzt auch gewundert, dass du so weit weg bist Dafür war halt aber auch eine falsche Richtung, außer da ist auch noch eine obere Anquelle, ne? Ich kenne halt nur die eine Jo Ich kenne auch nur eine Okay Cool, das haben wir über 300 Eisenträger Träger Stahlträger 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 Die verwurste ich doch gleich mal Wo? Muss ja neben noch Stahlbeton herstellen Ich dachte, ich könnte es schnell abbauen, aber ne, das ist super, ich hab ziemlich schnell tot gemacht Ja, wenn es in den Taschen ist, kriegst du auch Schaden, ne? Ja Ja, den, den Fehler kenne ich Den kennen wir alle, aber man ist davon nicht gestorben Sonst hat man seinen Chef aufgehauen Oder nicht Also ich hab's geschafft, dass ich da viermal gestorben bin, als ich das abgebaut habe Okay, ich wusste nicht woher den Schaden, dann bekommst du das Ja, genau Hm Kann ich mich irgendwie wiederbeleben, oder? Könnten wir machen, oder? Würde ich selber wieder kurz deine Sachen ab... Bist du denn weit weg? Krieg ich dann alles wieder, dann sieht das aus Genau, da bleibt ja so ne Kiste zurück Oder bist du weit... Wollen wir hinlaschen? Ja, bist du weit weg? Oh, ja Ja? Dann würde ich nicht hinlaufen Also ich nicht Ah, da müssen wir hin, ich lasse... Okay, okay, ich lauf hin Lebst du dann noch, oder hast dich wiederbelebt? Ja, hast dich wiederbelebt, ja? Ja, hast dich wiederbelebt, ja Wollte gerade loslaufen Brauchst du denn Hilfe bei einer Tiere, oder geht das so? Ja, da haben Kasper Kinder Was? Brauchst du Hilfe, oder geht das so? Also waren da noch irgendwelche Tiere... Nö, die Tiere haben ja das gemacht Okay Der Schlüssel ist eine Lüge, Nummer 13 Oh, jetzt fehlen noch diese Stahlrohre Stahlbeton ist fertig Ladeanzeige durchgeladen Oh, ja Hm Gleich können wir Halbwert-Tubes machen Oh, die Fläche ist schon ordentlich groß Jetzt wird langsam lukulig offen Ich glaube das reicht Auf der ersten Seite Aber hier fliegt es aber ganz schnell, wenn man tot ist, ne? Wo ist das? Wie, das reicht erstmal alles noch mal keine Fläche Vielleicht könnten wir auch auf mehreren Stockwerken das machen Hm, was? Auf mehrere Stockwerke das verteilen Ja, klar Ja, hier dran Wow Was sagt denn unser Strom? Wie heute läuft Oh, guck, der rocken gerade Hä? Der ist tatsächlich nicht mehr weit weg Hab ich schon gesagt Du könntest schon quasi fast die Nürze streicheln, ne? Ja Weil der fliegt ja nicht konstanter Geht auch mal so nach oben, nach unten, ne? Ich war noch nie drauf Also würdest du jetzt ein Beobachtungsturm oder dieses Deckelwitz machen, könntest du dich vielleicht irgendwie drauf springen? Ja, stimmt Verlockend wärs ja Aber dann bin ich irgendwo in der Pampa Oder fall runter oder so Du fällst eigentlich nicht runter, kannst du dann irgendwie die Brust verwenden, kannst du dann auch wieder auf deine Platte drauf gehen Wärts, wirst du seine Runde fertig haben, dann Fertig? Ja, das stimmt Können wir sonst wachen, wenn du Lust hast Äh, ich habe das Besürfnis davon abzusprengen, deswegen Wo bist du denn, bist du denn noch hier oben? Ich bin, ich habe jetzt gerade meinen Beton verarbeitet Und ich bin jetzt wieder irgendwo und Ich dachte, du bist da drin Ja, Dinge Ich bin jetzt noch Hast du denn das schon abgut, Alex? Ja, es liegt immer noch Es liegt immer noch? Ich glaube, es hat sich verabschiedet Ja, ich glaube auch, das ist ein bisschen zu lange Ja Ah So verjagt habe ich mich auch an der Klippe Hä? Ja Wie tust du das? Du böser Junge Sagt der, der mich von der Klippe schlagen wollte Die Idee war gut Ah, mir fehlen noch zwei Stahlrohr Ja, Stadträger finde ich gerade in Ordnung Die haben gerade eine schöne Geschwindigkeit Wird schön voll Okay, dann mache ich mal die Hyperloops Alles weg, toll Alles weg Ja, deine Kiste liegt aber noch da, wo du gestorben bist Ja? Ja klar Die geht nicht weg Wird die angezeigt? Eigentlich schon Also, da steht da oben Kiste auf Ja, da steht da oben Kiste Für Pipe-Based Personal Transport Introducing Hypertubes Safe, Aesthetik, Adaptable, Fun Enjoy a view of your hard work As you saw through incredibly tight turns Build them today Brauchen sie noch heute Note, Fixit Incorporated is not responsible for any harm caused by irresponsible use of this product Kann auch das hier, wenn man es irgendwo oben raus leitet und man fällt runter Ja Ja Ach, Hoopstar war kein sicherer Ausstieg Ja, das ist ja mein Umweliskenzimmer Ja Ähm, können wir jetzt sogar Hypertyps machen Nice, nice Mhm Mhm Was können wir als nächstes forschen? Ach, wir können Cartelium jetzt weiter forschen Cartelium Bahnen Hast du nur Cartelium irgendwo hier? Ja, bestimmt Nein Ich hatte nur 24 oder so Achso, das würde aber auch gar nicht reichen Genau Ja Ich hab dann manchmal die eine Äh, den einen Inhalator noch Der war ja relativ billig Oder? Ja Alles was wir erforscht haben, das Genau Ist gut, also Also Ja, den musst du in meiner Zeit anmachen, hast du ja gesagt, ne Mhm Ja, das waren nur 3 Sekunden So Hab ich auch noch nie benutzt Damit reiz ich ja komplett voll Ja, ich hab lieber Oh, es gibt noch Es gibt noch einen Panslot Dafür brauchen wir 100 Schwarzpulver und 50 Beton Dann haben wir noch einen Panslot mehr 50 Beton Ja, das ist ja nix Also, Stahlbeton Ja, toll Jetzt hab ich's aufgesammelt und bin wieder tot 100 Schwarzpulver Wie wieder tot Ja, ich hab's aufgesammelt und bin dann wieder tot Ach so schnell still Ach so, du hast ja nur 3 Balken, ne Ja Vielleicht hört sich vorher vorher ein Hast du jetzt das Uran abgebaut? Nein Ja, das ist in der Kiste oder nicht? Warte, ich komm zu dir mal, ne Warte mal Ich komm zu dir Ach, scheiße Ah, du hast dich wieder gelegt Ah, ich Dann mach ich mich so, ich bring das Uran weg aus deiner Tasche Ich bin allerdings grad voll gehalten und hab da paar Nüsse Ja Aber Problem ist, äh Ich bin, ich steh unweit vom Uran selber Ja, das weiß ich Ich denk's, du nimmst ja kurz raus Und rennen dann weg Und dann brauchst du dazu noch schnell aufsammeln Bist du im Giftgebiet Oder bist du irgendwie drum herum gegangen? Hier ist ja Ich seh hier irgendwie nur so Nebel Ich bin mir drum herum Also Okay, da wo deine Scheele Äh, dein Der Scheele lang läuft oder wo? Ja, die Kiste halt in die Kiste voll Ja, über die Kiste voll wäre ich genau durchs Giftgebiet gegangen Ach so, Examen kann man streichen Ich bin hier unten lang, okay Ich bin hier unten lang, okay Unten lang Okay Ja, jetzt hab ich Eine sichere Route Da ist ein paar Giftgebiet Links am Links am Giftgebiet vorbei Ja, ich bin rechts vorbei gegangen Oh, hier war ein Vieh, wo ich bin Oh nö, ey Was denn? Da waren vorher noch keine Viehchen Die Kontrollen nicht dort Also ich bin rechts lang gegangen Deswegen hab ich ein Vieh gehört Aber angegriffen hab ich nix Da war da nix, ist der? Jo Hat doch ein bisschen gespeichert Okay War da so, war es da vor deiner Müde? Strahlenwert Ah, hier ist er unten Okay Das ist doch keine Wilde, das ist mitten am Fluss Je, was war das? Je, eine Riesenspinne Ach du Scheiße Direkt am Bahnhof ist die Riesenspinne Ich glaub hier sind keine Viecher Die dreh ich mich um nach einem, weil es Riesenfiel neben mir Und drüben kann ich Oh, nicht Riesenspinne Die hasse ich auch Die sind sehr schön Das ist nur Und der Kiste tot Okay Du liegst genau neben den Klumpen, oder wo war das? Ne, nicht ganz, ne? Die Schreitung hat ja schon ausgereicht Ja, ich bin auch runter gesprungen Wo ist das Uran Dann Scheiße Ich hab noch ein halbes Leben, das war knapp Ja Mit wem Es ging grad so schnell, weil das so ne Menge war an Uran, das er halt schon in der Tasche hatte Es war aber nur ein Stack, oder habe ich was übersehen? Ja, eben Hallo abgebaut hattest. Aber es ist nicht so schlimm wie dasselbe auf seiner Tasche haben. Das ging gerade ruckzuck. Aber wie du dran stehst, geht auch ruckzuck. Ah, ist das schön. Kleinen Fall, das sehe ich jetzt unten. Neben den Schnellzugriffen habe ich eine 1 stehen. Ist das neu? Oder was wird im ersten Slot ist? Ne, ich habe deine Sachen gewechselt. Bleib trotzdem bei 1. Einen? Du noch. Nicht bei mir. Und hast du die Sachen, Alex? Ja, ne? Ja. Haben vorher eine Riesenspinne erlegt. Strahlung ausgesetzt. Ich habe immer so ein nettes Vieh, wo er guckt, was es ist, wo er macht zu gifte. Ich so, okay, ne, hier bin ich nicht. Ah, jetzt ist er wieder zurücklaufen. Was hast du denn hier gesucht? Wolltest du einfach erkunden, oder? Ja, natürlich. Das ist natürlich nicht irgendwas für sie nicht neu. Das ist zumindest schon mal ein anderes Biom. Das ist zumindest schon mal ein anderes Biom. Ja, das ist ein bisschen so im Anzei erlegen. Ich habe nur gefunden. Ja, ich habe keine grüne Zektro-Schnecke. Die kannst du auch aufziehen, ne? Ah, das ist diese komische Schnecke, die du gesagt hast, ne? Die man für diese Schleunigung benutzen kann, ne? Jo. Oh. Ja, ich sehe gerade hier auch eine. Ne, doch nicht. Das sah so aus. Also ich bedrillst dir, damit haltet ich nur, oder kann man da auch was Rezepte machen, so zum Heilen? Damit kannst du dann später auch den Inhalator bauen, damit kannst du dich komplett heilen. Ah, Inhalator... Also wenn du z.B. nur einen Strich hast oder einen Halden, dann benutzt ihn einmal, dann wirst du komplett gehypt. Ah, steht doch was gerade. Er hat das freigeschaltet mit dem Inhalator. Ja, zumindest einen Teil, den muss man zweimal irgendwie freischalten. Und Sven, was machst du so Feines? Ich suche den Container bei Kohle. Wie du suchst den Container bei Kohle? Den Lager-Container, den du bauen wolltest. Den wolltest du bauen, du Held. Ja, mach das gleich. Ah, tschuld. So, ein paar Alien-Organe habe ich nochmal mitgebracht. Ich auch, ich habe besser nicht. Äh... Alien-Panzer... ...und acht Alien-Organe. Mhm. Und zwei... Ähm... Mercer-Sphäre. Noch nicht... Nicht schlecht noch. Oha, ich habe gerade schon über 300... 340 Steinträger habe ich gerade. Mhm. Das ist schon mal ordentlich, dann kann man was empfangen. Vielleicht können wir wieder Biomasse machen, oder? Ja, ein paar Sachen sind noch drin, die zu Holz und so weiter verarbeiten. Also wir haben noch Holz und Blätter und alles drin, ne? Das könnte auch noch zur Biomasse umgewandelt werden. Achso, machst du gerade, dass wir den Hunt-Slot mit 100 Schwarzpulver und so, oder? Das könnte ich ja auch machen. Ich würde sonst den Stahlbeton dafür machen. Warn Nummer 50, fange ich schon mal an. Geht auch viele Stahlträger drauf. Vielleicht 200 Stück davon. Achso, Schwefel ist nicht 1 zu 1... äh, Schwarzpulver ist nicht 1 zu 1, sondern 1 zu 2. Mhm. Ach, ja. Ja, gleich. Ein paar Hunt-Slot machen. 40... 45... 45... ... 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